Der Mittelmeer Der Mittelmeer hat sich in den vergangenen Tagen offenbar erneut eine Flüchtlingstragödie erreichelt. Über 100 Migranten sind in der Mediterranean of Libya. Das Mittelmeer bleibt für Flüchtlinge tödlich. Das ist die tödlichste Fluchtroute der Welt. Jeden Tag sterben im Durchschnitt sechs Menschen, vor allem weil die Rettungseinsätze eingeschränkt werden. Öffnungsgeräusche Alicia Dolber Dürfer 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 Sonst Dürfer So verändert ihre Mittelmeer-Mission SOFIA. Die Rettung von Flüchtlingen auf See wird eingestellt. Der Regierung prioriert die Migratorie über das Recht auf Leben. Rettungsschiffe von privaten Hilfsorganisationen kreuzten tagelang auf hoher See, weil kein europäischer Staat die Flüchtlinge aufnehmen wird. Es gibt keine private Searescu-Vesseln in der Mediterranean. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, definitiv. Es war ein blau-rober-Bot. Es hat über 60.5.0 Menschen auf dem Board. Es war ein paar Beispiele, für Ihre Informationen, sehr wenige Leute auf dem Board. Der Roller-Bot hatte eine Liste. Wir konnten keine anderen Liste-Saving-Equipment sehen. Der Roller-Bot hatte eine Liste. Einmal. Okay, Sie, komm an Bord. Hi, Leute. Ein bei einem, okay? Don't grab the boat. Don't grab the boat. Hey. Okay, start, start. One by one, okay? One by one. One by one. Let's go there. Wait, other side, other side, other side. One by one. Wait, wait, wait. Two. So. Don't grab the boat. So. Not so. Okay. hvor Die. What about seven? Die. De Оfte. Vonучatel. Sit down! Sit down! Sit down! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik Sie Watch aveva comunicato questa mattina di essere intervenuta in soccorso di un gommone in difficoltà segnalato da un aereo da ricognizione 47 miglia a largo delle coste di Zawiyah. Abbiamo proceduto al salvataggio, come impone il diritto internazionale, hanno spiegato i volontari. E ora la nave, con a bordo 53 naufraghi, naviga ancora nelle acque di ricerca e soccorso di competenza della Libia in attesa di conoscere il porto sicuro di destinazione. Sincerola, ben late at night, abbiamo avuto un'email da Libia Coast Guard diciamo che hanno nel fatto di usare un porto di avo' peresa, che è Tripoli. Noi ancora non ho messo, 단 la nostra resposta è no, non, no, no, no. und unsere Idee ist, jetzt zu gehen zu Lampedusa, zu sagen, dass wir die Menschen auf die Sicherheit zu bringen, schnell zu bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 mit den Anglophonen gegen die Francophonen in Camerou. Das ist das, dass ich mich in Libyen bin. In Libyen, die die mich am meisten gefangen hat, ist, dass ich in Libyen bin, vor einem Jahr, im Juni bin, ich war mit meinem Baby. In Sabah, die Stadt von Sabah, ein paar Libyen waren, sie waren seitens von 7, die wollten uns verabschieden. Wir waren 3 Mädchen in der Gruppe. Diese Libyen wollten uns verabschieden. Wir waren wirklich überlegen. Wir sind keine Ahnung, aber wir haben uns verabschieden. Ich bin ein Ivoiriener. Ich wusste nicht d'où dieser Mann sauter. Der Mann hat seine Verteidigung für uns zu defendern. Ich bin nicht Ivoiriener, aber er ist tot für mich. Jusqu'aujourd'hui, der Gesicht von diesem Junge passen vor mir, wie im Film. Warum? Weil er zufrieden den Libyen, die drei Frauen waren, weil wir sind ein Grupp. Wir waren drei Frauen. Wir waren drei Frauen. Es gab eine Infime und zwei Anzeiten. Er hat gesagt, pardon, pardon. Diese Frauen sind Anzeiten. Achtet ihr sie. Achtet ihr sie. Der Mann hat angefangen, der junge Ivoirien war, der singe, der nègre. Er hat mir gesagt, der Mann hat auf den Mann. Der Mann hat angefangen. Der Mann hat angefangen. Wir wussten nicht, wo wir haben, der Mann hatte. Wir haben gesagt, wir haben gesagt, wir haben gesagt, wir wollen uns violern und weitergehen. Wir wollen uns violieren, wir können den Weg gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 I have nine women on board, two of them are pregnant, I have two children, I have an urgent need to disembark these people because I am not able to support them for an extended period on the ship because they are in unwell health condition. And I have these children on board and pregnant women. Could you come to me and pick up these people because I cannot guarantee their safety for extended period? You could send out a boat and we can transfer them here outside of Lampedusa. Okay, you're not testing in the Italian territorial water? No, we are one five miles outside. You have us on the AIS. We have no intention to enter. We can not go to Malta at this stage because Lampedusa was the closest place of safety. We need to disembark the people here. For the future question, you can contact the IMRCC of Rome. Okay, bye-bye for now. Okay, I have some news for you and I would like to share it. So, we decided that we will cross the sea border to Italy in the afternoon. And the other plans stay the same? The rest of the days for now are almost the same. We see it exactly now. When it was at the same time? Yeah. I got now even some more news. The news are, we got an email from Italy that soon a boat with doctors will come and have a look at the medical cases. This all sounds very good, but I want to point out one other time that we cannot say anything about when you will come on land. So, we're just waiting for the confirmation that we can access. Es gibt einen super Beispiel mit dem Olof, das ich finde. Sie wissen, wie man es verstehen. Ja, aber... Es ist nicht so, dass wir mit uns das Problemen sein. Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich kann es nicht so. Wir müssen die Kommunikation auf den Weg bringen. Ja. Vielen Dank. Italien lässt zehn Migranten an Land. Es handele sich unter anderem um drei Minderjährige, zwei Schwangere und zwei kranke Männer. Die Menschen sind in der Lage, drei Minderjährige und zwei Kinder, drei Minderjährige, zwei Kinder, drei Minderjährige und zwei Jahre alt. Und auch andere, die in der Lage sind, die Situation in Libia sind. Das ist Marcel Radio. Ja, ich bin der Master. Ja, Marcel. Wir haben ein Nächster Video. Ich will Sie an den Krim. Ich will Sie, wenn Sie kommen, auf unsere Bahn, bitte. Was? Nein. Nein, nein. Wie verletzt Sie das? Wir sind aus Ihren Territorialen Warten, als Sie sehr gut wissen. Er will Sie kommen, oder? Nein, er will ich da. Nein, nein. Ja, genau, sie haben es. Ich bin der Krim. 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 Schön, dass Sie sich mit Ihnen treffen. Schön, dass Sie sich mit Ihnen treffen. Ihr Name? Carola Rackete. Okay, danke für diese Besuchung. Ich bin der Krim. Ich bin der Krim. Ich bin der Krim. Ich bin der Krim. Ah, okay. Inside, da sind einige Frauen. Ja, separat. Okay. Okay, danke. Was ist die Situation? Die Situation? Wir haben sie am 12. Juni. in der Krim. Und wie Sie wissen, die Libyans-Koast-Guard assignen uns ein Port of Safety Tripoli. Es gibt viele internationale Rulungen, dass Tripoli nicht ein Port of Safety sein kann. Okay. Und ich check the charts for the closest Port of Safety from the rescue position. It is Lampedusa. So, I go north to Lampedusa to bring them here because I will break the humanitarian right law of non-reformant Genova Convention if I bring these people back to Libya because of the human rights condition. Okay. For this reason, I bring them here and request a Port of Safety to Italy as I assume you are aware. Okay. Do you know the Italian situation now? We have been made aware that we are not allowed to enter the territorial waters. Yes. This is why we stay outside and request a cooperation. Okay. And we are going to proceed to notify this document. by the Minister of Interior. Mm-hmm. You know this, okay? Yeah, I know this. So, I can sign this. It's just the whole... This one is... Only seen. Only seen. I've seen it. Okay? Yeah, okay. In a moment. Compiliamolo, ragazzi. Thank you. Have a good night. Thank you. And hope to see you next time in more pleasant place. Thank you. The military plane on the left. on which there are also minor people who have 12 years, cannot enter in the Italian plane. All the aircraft was notified the procedure being proposed by the Securement of the Peace due to the Minister of Interior and the Minister of the Defense and the Transport which includes the 50.000 euros and the arrest of the plane für die violen die Vietung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020